Julius, ich glaube, wenn du erst mal hier bist, wirst du das andere Haus überhaupt nicht vermissen. Schau doch mal hier, wie toll. Du hast hier 360 Grad Ausblick. Guck dir das an. Es ist abends, ich weiß nicht wie viel Uhr. Guck dir den Sonnenuntergang an. Wir werden die Augen übergehen. See you in September.